Der Deutschen Einheit am 3. Oktober 90 geschah, das schien vielen so, als liefe ein Film ab. Mit atemlosen Akteuren vor atemlosen Publikum. Mit Zeitzeugen aus der Bevölkerung und aus dem Kreise der Entscheidungsträger zeichnen wir heute diesen Prozess der Deutschen Einigung nochmals nach. Die dramatischen Ereignisse eines Jahres im Sog der Einheit. Berlin, 8. September 1994. Brandenburger Tor. Mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet die Bundeswehr die amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte. Wenige Tage nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte ist Deutschland jetzt erst wirklich souverän.